Mit Mid-Journey Stable Diffusion und Doll-E kann man mittlerweile durchaus realistische Bilder erstellen, realistische Menschen vor allem erstellen. Allerdings, wenn man genauer hinguckt, dann wird man vielleicht noch ein oder zwei Ungereimtheiten finden. Ich persönlich muss aber sagen, wenn ich diese Person nicht kenne, dann kann die durchaus in meinem Feed erscheinen und ich würde das nicht erkennen. Und genau so war das natürlich auch bei dem berühmten Papst-Bild, das vor ein paar Wochen viral gegangen ist und das ich vorhin auch mal selber erstellt habe, wobei meins ein bisschen anders aussieht. Ihr könnt aber tatsächlich sehr realistische Menschen erstellen und ich möchte euch dieses Video zeigen, wie bzw. welche Tricks ich da normalerweise anwende. Wir benutzen Mid-Journey Stable Diffusion und Doll-E sind aber auch kein Problem und die Tricks sollten eigentlich übertragbar sein, zumindest wenn die Modelle einigermaßen passen. Bei Stable Diffusion ist halt die Schwierigkeit, es gibt so viele Custom-Modelle, so viele Custom-neuronale Netze, dass es schwer ist, sich dafür eins zu entscheiden. Und ja, für Menschen braucht man natürlich ein bisschen, man muss sich Mühe geben, sagen wir es mal so, okay? Also, das hier ist zu dem Prompt erstellt worden, 29 Jahre altes skanawisches Mädchen in dem Fall. Ich habe das tatsächlich wo abgeguckt, mit Girl funktioniert es besser, wenn man Woman macht, dann sind das eher ältere Damen. Fragt mich bitte nicht, wieso. Wahrscheinlich, weil es auf Social Media häufig so getaggt wird. By the Sea wäre dann quasi der Ort, der im Hintergrund zu sehen ist. Das macht das Modell selbstverständlich für euch. Beautiful bezieht sich übrigens nicht unbedingt auf die Damen, wobei das natürlich auch so ein bisschen der Fall ist. Aber hier unten haben wir auch Beautiful mit reinbezogen. Das bedeutet einfach, dass das Bild gefühlt besser aussieht einfach. Long Blond Hair ist quasi eine Beschreibung, also versucht er wirklich so detailliert wie möglich zu sein. Wie sieht die Person aus? Von mir aus Augenfarbe, Haarfarbe, solche Sachen funktionieren wunderbar. Sonnenlicht ist auch immer eine sehr, sehr gute Beleuchtungstaktik, denn dann sieht das relativ realistisch aus. Häufig ist das Licht einfach künstlich und klar, das ist völlig okay, wenn man jetzt zum Beispiel ein Drinnenbild macht. Aber wenn ihr ein Draußenbild macht, ist ein nicht künstliches Licht viel, viel besser und viel, viel einfacher zu verwenden, als wenn ihr da irgendwie künstlich versucht, rotes Sonnenlicht oder sowas zu bauen. Dann wird es meistens schwierig. Dann, was mir persönlich sehr gut funktioniert, und hier können wir uns einmal kurz den Unterschied zu den Bildern da unten angucken, Insane Detail bedeutet meistens, dass die Bilder wirklich sehr detailreich sind. Also, dass zum Beispiel die Haare hier im Wind wehen oder sowas. Das habe ich meistens nicht, wenn ich dieses Insane Detail nicht dazu mache. Genauso Smooth Light führt ein bisschen weniger zu solchen harten Schatten, wie wir es hier sehen. Kommt noch manchmal vor. Aber normalerweise sehen wir hier zumindest, die drei Herren haben einen relativ weichen Schatten. Und das ist auch, was realistische Bilder dann doch ausmacht. Und die Schatten, muss man mal sagen, sind wirklich insane gut. Also quasi komplett automatisch. Von hier kommt das Licht, hier ist der Schatten. Von hier kommt das Licht, hier ist der Schatten. Da ist die Nase mit einbedacht. Das sieht alles sehr natürlich aus. Und jetzt tatsächlich der allerbeste Tipp, den ich euch geben kann. Die letzten paar befehle ich hier. Die sind irgendwie Magie. Ich kann nicht genau sagen, warum sie so gut funktionieren, aber sie funktionieren zumindest momentan unfassbar gut. Real Photography ist so ein Ding, was ziemlich gut funktioniert. Zumindest mit, also wenn man auch irgendwie Fujifilm Superior oder sowas hintendran haut. Als würde man irgendwie mit echten Kameras hantieren. Und ganz besonders muss ich sagen, Taken on a Canon EOS R5. Das ist eine Kamera. Eine sehr, sehr gute, sehr, sehr teure Kamera. Kann man dazu angeben, f1.2 ist der Shutter Speed. ISO 100 ist quasi, wie viel Licht Exposure man hatte. Meine Kamera steht beim Aufnehmen immer auf, keine Ahnung, wenn ich Beleuchtung an habe, so 600 oder sowas. Oder 400, je nachdem, wie hell die Beleuchtung ist und wie hell ich sein möchte. Und dann 35mm ist auch ein, es ist quasi sehr detailliert beschrieben, wie die Kamera ist. Und das hat in meiner Erfahrung extrem dazu geführt, dass die Bilder besser werden. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Kamerasetup machen. Ich habe zum Beispiel bei mir auf der Aufnahme habe ich selten 35mm, auch wenn das Objektiv das hergibt. Ich habe meistens 18 bis 35mm irgendwo dazwischen. und wenn ich auch eine andere Kamera habe. Ihr könnt hier einen Kameranamen reinpacken, das ist nicht so wichtig. Aber wichtig für meine Verhältnisse war, dass wir eine Kamera hier überhaupt angeben. Das ist unglaublich hilfreich. Wenn man hingegen so ein bisschen Nostalgie erwecken möchte, dann sehen wir hier, also es ist nicht stark, aber so ein kleines bisschen Film Grain ist extrem hilfreich. Und auch solche Details wie, ey, lass mal hier den alten Herrn eine Kiwi essen. Das ist irgendwie, ja, schön. Und auch dieses Warm Smile. All diese detailreichen, ausschmückenden Erzählungen oder Beschreibungen von diesem Bild sind wahnsinnig hilfreich. Auch solche Details wie Porträtfotografie als Kontraste zu dem Real Photography Fujifilm Superior. Die ist quasi so ein bisschen austauschbar. Wenn man natürlich beides reinpackt, kann es noch ein bisschen besser werden. Aber generell so Warm Light, Smooth Light ist auch sehr, sehr wichtig. Ansonsten kann es mal passieren, dass man hier so harte Schatten kriegt wie hier. Ich würde euch empfehlen, so Morgenstunden haben meistens ein leichteres Licht und sind nicht so hart. Hier unten haben wir zum Beispiel auch sehr harte Schatten. Das kann zwar auf Fotos vorkommen, keine Frage, aber es sieht meistens nicht so schön aus und führt dazu, dass viele Dinge nicht mehr so super erkennbar sind. Also das Bild hier oben finde ich einfach toll, muss ich sagen. Das ist sehr, sehr gut gemacht worden. Und hier achtet mal auf die Hände. Die Hände sind kein Stück weird. Kein Stück. Das ist wirklich faszinierend. So, und dann kommen wir zum berühmten Papst. Ja, die Jacke ist ein bisschen übertrinischer, gleich zum Rest. Ach ja. Aber man kann es natürlich nochmal ein bisschen refactoren und dann noch ein bisschen besser machen. Ich habe zum Beispiel Bibel mit ins Prompt eingegeben. Ich glaube, die Bibel war hier nirgends drauf. Könnte man auch einfach weglassen. Und dann könnte man das Ganze noch ein bisschen besser machen. Also Full Length, weil es halt so eine lange Jacke ist, Shiny Puffy Jacket. Und hier sehen wir, dass das eher, also hier, ich wollte das tatsächlich machen, um das mal so ein bisschen zu kontrastieren. Hier haben wir ein sehr realistisches Porträtfotografie-Foto. Während hier unten haben wir keine Kamera angegeben. Es sieht ein bisschen steriler aus, als wäre es so ein Paparazzi-Foto. Und ich glaube, das ist auch das, was man hier in dem Fall haben möchte. Das kann man natürlich auch mit angeben. Aber ich glaube, wenn man hier so sagt, okay, Porträtfotografie oder sowas, dann ist das einfacher. Wenn man die Kamera mit angebt, dann sieht es aus, als wäre das wirklich so von einem Fotografen gemacht worden. Und nicht unbedingt so ein Paparazzi-Ding, wie man es hier hat, so quasi während dem Gehen. Aber ja, das dazu. Was ihr natürlich auch dadurch machen könnt, ist, ihr könnt super gut hergehen und Stockfotografie automatisieren. In dem Fall haben wir, ich habe eigentlich angegeben, White Background war nicht ganz stark genug gewichtet, weil ich hier noch Innen Office dazu geschrieben habe. Ihr könnt natürlich auch angeben, ey, bitte macht das Bild nur ausschließlich mit weißem Hintergrund und nichts anderes dazu. Trotzdem sind die Personen relativ detailreich und wir haben hier einen grünen Bildschirm. Gut, der hier ist falsch rum. Aber grundsätzlich haben wir einen grünen Bildschirm, den wir dann auch relativ problemlos wahrscheinlich ersetzen können. Wobei dieses Grün sich auf die Krawatte und die Oberteile der Dame angeglichen haben. Hier zum Beispiel ist die Krawatte auch wieder grün. Hier ist die Beleuchtung extrem grün. Das kann man alles mit angeben und hier auch dieses Taken with Canon. Und dass es eben ein Stockfoto ist. Stockfotos haben irgendwie so ein ganz spezielles Ambiente. Und ich weiß nicht, warum die beiden Herren hier, warum alle vier eigentlich einen Bart tragen. Ich glaube, Bart wird wieder modern. Wundervoll. Naja, ihr versteht, was ich meine. Ja, also es funktioniert sehr, sehr gut, wenn man die Kamera mit angibt, wenn man den Background mit angibt, wenn man die Beleuchtung mit angibt. Hier Sonnenlicht. Hier haben wir zum Beispiel die Beleuchtung nicht mit angegeben. Ich finde, das sieht man so ein bisschen steriler. Hier haben wir Sonnenlicht angegeben. Hier haben wir dieses Smooth Light angegeben. Hier haben wir die gut ausgeleuchtete Beleuchtung eines Offices angegeben. Das würde ich euch stark empfehlen. Hier kann man natürlich auch variieren und ein bisschen rumspielen. Und achtet darauf, dass ich auch wirklich jedes Mal Version 5 benutzt habe. Ich habe obendran ein paar generiert mit Version 4. Genau dasselbe wie das hier unten zum Beispiel. Die sind nicht ansatzweise so gut geworden. Also hier sehen wir zum Beispiel, die Schatten sind extrem hart. Die Zähne sind hier weird. Gut, das hier ist ziemlich gut geworden, finde ich. Aber jetzt nicht wirklich super gut. Hier sind auch zwei jeweils drauf. Und das ist drin. Ich hatte eigentlich draußen angegeben, nämlich auf der Veranda. Das muss eigentlich nicht sein. Also mit Version 5 sind die Bilder schon nochmal deutlich besser geworden. Hier sieht die Kiwi übrigens auch wahnsinnig komisch aus. Hier oben, die von der guten Dame, von dieser skandinavischen Lady. Die sind sehr gut geworden. Das kann man definitiv empfehlen. Wobei die schon stark Weichzeichner drüber haben. Aber hey, das ist ein generiertes Bild. Also ich finde mit Version 5 die Bilder schon nochmal deutlich besser. Realistischer und ja. Genau. Also kann man alles sehr, sehr gut angeben. Versucht da gerne ein bisschen mit rumzuspielen. Das waren so meine Tricks damit. Und nächstes Mal geht es um, weiß ich noch nicht genau. Gucken wir uns an. Bis dann. Ciao.